Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Time Sonata. Wir befinden uns immer noch in Cantabil beim Gasthaus und sind ein bisschen ratlos, fraglos, wie auch immer, was wir genau machen müssen. Im letzten Part haben wir halt erfahren, dass anscheinend ein Spitzel unter uns ist. Ja, ob das wirklich stimmt, wissen wir halt noch nicht. Ich hoffe mal nicht. Holzblockheim. Aha, gut, anscheinend spielen wir weiter mit Rito und Co. Das Team lassen wir so, weil die beiden müssen ja noch hochkommen. Hammer. Oh. Okay, anscheinend ist man hier vergiftet. Oh Gott. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist wahrscheinlich wegen dem Gift, den man da überall sieht. Auf der Map. Scheiße. Naja. Ja. Block doch mal. Nein, Güte. Nein, Güte. Feil. Yay. Tot. Yay. Und Mazzurka ist Level 20, oder? Ja, 20. Sehr schön. Nachtfaust erlernt. Okay, hier sind dann keine Gifte mehr, oder? Nee, doch. Überall sind Gifte. Doof. Okay. Naja, kann man nichts machen. Äh, wir könnten theoretisch... Nee, das Team lassen wir jetzt nicht. Okay, das ist scheiße, ich war nicht nah genug dran, das ist mir nicht aufgefallen. Unicorn Hahn, danke. Unicorn Hahn, danke. Tja, Schöne Assault! Tja, Schöne Assault! Hup-Ki-Chöne Assault! Hup-Ki-Chach! Hup-Ki-Chach! Tja, Hup-Ki-Chach! Unicorn Hahn! Hmm. Ugh! Fuck. Ugh! 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 Oh, Gott! Tja, Juh! Shh! Ugh! Tja, Juh! Huh! Uh! Uh! Oh man! Gott! Ja ja, komm, hau rein! Sehr schön! 12.000, schön! Ja, kleines Auffasslevelup! Sehr schön! Was ist denn das für ein Typ? Ich habe einen Pilz gegessen und jetzt bin ich viel gelähmt. Und es prickelt überall. Meint ihr, das geht weg, wenn ich mich ein Weilchen ausruhe? Hey! Wollt ihr mir nicht gesellschaft leisten, während ich mich erhole? Könnt ihr mal probieren. Mhm. Ach. F. Naja. Ja, wir haben nur einer. Mann, das peilen die alle nicht. Oh. Boah. Da oben ist ein Vieh. Pfff. Da kann man runterspringen. Da könnte man auch runterspringen. Und hier könnte man runterlaufen. Ich würde sagen, wir springen hier mal runter. Und gehen mal nach unten. Okay, gehen mal nach oben. Und da kommen wir dann da hin. Okay. 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 Und wenn du ein kleberes Level hast, will ich mich ohne rein. Weil ihr Heal halt auf alle geht. Und wenn du ein kleberes Level hast, will ich mich ohne rein. Okay. Ja, geh nach ganz oben. Oh, gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Mach mal. Ach. Jedes mal. So. Ich könnte natürlich hier runterspringen. Aber wir gehen erstmal hier oben gucken. Oh. Ne. Okay. Tou-de-de примерно, ich Nev. So. Zand, ich glaube ihn sogar schon. Zand, es gäbe keine Kinder. Zand, ja. Zand, ja. Zand, ja. Zand, ja. 5700 Teilen, ja klar, spaßt. So, 2000 Erfahrungen. Das klingt doch sehr gut. Mach mal hier unten lang. Okay, dann gehen wir halt hier oben lang. Leicht verwirren das ganze. Ja, die haben nur hohe Verteidigung, die Viecher. Was, hat er überlebt? Ach Gott. Okay. Gut, dann mach ich jetzt ein Pfeil draus. Pfeil draus. Okay, gut. Okay. 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 Dann scheint wahres der Sinn. Von jetzt an werden die Sporengifte noch stärker. Hier, hängt euch die hier um. Lange schützt uns das nicht. Aber es filtert für eine Weile die Giftstoffe aus der Luft. Neutralisiersteine erhalten. Okay. 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 Ich würde sagen, wir gehen trotzdem nochmal zurück und gucken mal, vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas, wenn wir hier runter springen. Ja, ne Truhe. Sehr schön. Fechtsäbel ist für Clavis, glaube ich. Was macht sie da noch? Schwächer. Na ja. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Ach nee. Ach doch. Ah fuck. Oh god, wie brainless war das denn jetzt. Fuck it. Ja. Die Hüller wird heilen. Ja. Auf geht's! Abbrot. Ja. Auf geht's! Nein. Das war's. Du-du-du-du-du-du-du-du-duh. Der passiert das schon. Ja. Der passiert das bereits nicht mehr? Das wollte eigentlich geil machen. So, DAS wollte ich machen. Und Alcredo und Yola sind Level 21 Maybe it's time to upgrade So, tausch mal mal. So, das war es erstmal. Ach nee, wir müssen ja noch gar nicht hier lang, oder? Wir müssen nämlich... Ach, was ein Labyrinth. Ach, naja. Gut. So, da mach ich den kleinen Cut. Und wir machen... Ach nee, da speichern wir. Das ist natürlich noch praktischer. Dann... werden wir demnächst hier weitermachen. Bis dahin. Tschüss. Los. So. Geht da hoch. So. So.